hallo hallo wer bist du hallo 18 hörst du mich noch ja ich kann nicht hören ja okay wo wohnst du in baden württemberg wollte ich eigentlich gar nicht okay ich wohne in bayern wieso fragst du hallo ich habe nicht gefragt tut mir leid okay und wo wohnst du hallo wenn ich was wenn ich wissen darf ich bin verwirrt was bist du verwirrt okay wer bist du also der geburtsdatum glaubst du mag mich ich weiß es nicht aber ich mag ich hoffe er mag mich hallo hörst du mich noch bitte antworte ja ja ich mag ja ich mag dich okay cool magst du nicht bitte magst du nicht ich kenne dich nicht okay das ist in ordnung wo wohnst du das hast du schon geführt schon gefragt also in welchem bundesland wohnst du in baden württemberg hallo ja ja mein onkel will dir was sagen dein onkel ja darf mir egal also er fragt nein doch nicht hat sich umentscheid ich bin verwirrt was ist das für eine runde kann ich dir was erzählen ja kann ich dazu also mir ist was passiert mit meinem onkel vor kurzem was passiert aber ich weiß nicht ob ich das da kann ich dir sagen er sagt auch nur willst also ich war letztens in der küche ja und ich habe halt fanta genommen ja und dann kann mein onkel ich habe die verschüttelt auch so sehen ja und dann ist sauer geworden aber es als er wird öfter sauer ist ja nicht schlimm hat er dich geschlagen nein er hat mich am nacken gepackt als ein t-shirt hochgekrempelt und hat gesagt ausdrücken jetzt da musste ich den ganzen pickel am rücken ausdrücken also was musst du machen die ganzen pickel am rücken ausdrücken wer bist du kann es sein dass du irgendwie vergesslich oder so ist gehen wir noch mal spielen bitte keine ahnung ja okay komm danke und dann was mein onkel noch gemacht hat ja ich war bei dem zu hause oh man der arme ja hat leider verlassen ich hätte ja gerne noch aufgeklärt warte ich habe ihn als freund hallo 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 was ist kann ich mein kollegen einladen kennst du mich ob ich ich kenne wieso ja ja klar wer bist du jens steht doch da und dann mein onkel was ich noch sehen wollte ist also da hat ein paar kumpels eingeladen die waren zu zippt ok und ich muss die ganzen pickel ausdrücken mein onkel hat gefilmt das ist auf youtube auf youtube hatte das video sehen ich kann es nicht löschen ich will das nicht sehen ich glaube bitte wenn du mir schon so das heißt die pickel party der jens muss ausdrücken ja und die zehn minuten ich doch doch gerade wo an der arschbacke hast du ein pickel okay ich mache warte ich komme ich komme ich warte kurz hallo bist noch da okay ja ja ich muss kurz mein onkel helfen was untertragen kannst du mal zu mir kommen warum soll ich zu dir kommen naja ich muss dann auch gehen weißt du wer ich bin ich weiß immer noch nicht wer du bist wer bist du jens buhl steht doch da oben ich bin ich hier gelandet hilfe ok ich sollte sagen wer ich bin ja bist du jens buhl habe ich doch gesagt okay jens buhl jetzt wirklich weißt du wer ich bin ich weiß wirklich nicht wer du bist wer bist du jens buhl habe ich doch gesagt du hast wirklich jens ja warum haben deine eltern nicht jens genannt wieso wie heißt du echt als märz hallo märz märz wenn du kinder bekommst dann wird das alles vermehrt tut mir leid der war gut irgendwie danke danke sonst sagt jeder zu mir irgendwie was anderes märz wenn du eine frau hast muss sie immer an den herd hat mein gott oder der war guter der war gott oh mein gott wie heißt der eine hier auf epic alter wie heißt er ich glaube nicht dass ich das sagen kann wieso nicht ich weiß nicht es steht soll ich sagen hier steht kannst du dir nicht melden bitte für den namen ja werde ich dich brauchen danke wert ich glaube der war unsere letzte runde mit ja genau mit der hieß wirklich nicht sagen einfach sperren ok melden danke danke du bist echt nett wert was ist das für ein namen beleidigen der namen bitte meld den digga haubert sich deine stimme jetzt anders an also tut mir leid weil mein onkel hat mich eingepustet ich hoffe der wird gebannt für den namen ist schon der steht ihr habt vor 16 minuten gespielt hallo 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 wie geht das jetzt hier mal da seid ihr sigmas da kannst du ein märz seine verlassen wenn du willst ja das lieber verlassen was meint ihr noch eine runde mit ihm er will mir nicht das tue also ich rede mit meinem onkel wieso ein märz möchtest du noch jemanden grüßen warum wenn solche grüßen ich grüße dein onkel danke sonst noch jemanden nur dein onkel ok möchtest du video dabei sein ja keine ahnung ich weiß nicht was so wieder aber ja ja jetzt in dem video ja ok kennst du kennst mich doch oder nein ich kenne dich wirklich nicht wer wirst du jens habe ich doch gesagt achso nein ich bin grad live wie heißt du stiller junge oha und natürlich dann wünsche ich dir noch viel spaß und einen schönen abend ja hau rein das war das für ein song was haben die drei gemacht habt ihr das gehört habt ihr gehört was sind das für sounds falls ihr euch diesen sound holen wollt mit diesem komischen sound einfach nur stiller junge mein creator code damit unterstützt er mich